Blum fängt die Scheibe ab, nach dem Fehler im Aufbau, der Zuger und dann ist es Andrew Abbott, der das 1 zu 0 erzieht. Gerade einmal eineinhalb Minuten Sink gespielt und Andrew Abbott kann bereits seinen fünften Saisontreffer bejubeln. Und das hilft es, Bohren. Und Tor, Bohren trifft schon wieder. In der 44. Minute erzielt Bern das 2 zu 0. Endlich ist man geneigt aus Bernersicht. Marco Bello und Murschak kann jetzt alles entscheiden und das ist das 3 zu 0 ins leere Zugertor. Jan Murschak ist der Mann, der hier für die definitiven... Jan Murschak Jan Murschak Jan Murschak